Demenz und Alzheimer – Ursachen und Risikofaktoren der vaskulären Demenz Die vaskuläre Demenz wird von Durchblutungsstörungen des Gehirns verursacht. Diese können jener Art, Ursache und Ausmaß sehr unterschiedlicher Hirnschädigungen hervorrufen. Deshalb gibt es bei der vaskulären Demenz auch kein einheitliches Störungsbild. Neben den kognitiven Einbussen und einer Veränderung der Persönlichkeit fallen oft auch Störungen der Bewegung und der Sprache sowie Schwierigkeiten beim Sprechen auf. Vaskuläre Demenzen treten meist sehr plötzlich auf, können sich aber auch über einen längeren Zeitraum entwickeln. Risikofaktoren für die vaskuläre Demenz sind Alter Bluthochdruck Fettstoffwechselstörungen, zum Beispiel erhöhtes Cholesterin Diabetes mellitus Übergewicht Rauchen Bluthochdruck Fettstoffwechselstörungen, zum Beispiel erhöhtes Cholesterin